Gut, ich denke reich können wir hier nicht werden, aber anderweitige Verpflegung gibt es hier auf jeden Fall. Denn in 300 Meter ist, ich weiß jetzt nicht welche Stufe die Person hat oder so, aber ja, wir bringen den Herren oder die Dame mal um und dann schauen wir, dass wir den Orden mal ein bisschen aufmischen können. Und ich denke mal, wir haben jetzt schon zwei umgebracht. Wir sind wirklich nicht einfache Gegner, also die zwei bis jetzt. Ich kann mich an den zweiten gar nicht erinnern. Den ersten haben wir ja im Tutorial, sag ich mal, mit Nordwege umgenietet. Nein, falscher Knopf. Ich verwechsel es immer noch. Ah, so. Kann ich zum... Geht nicht, ne? Au! Kann ich denn... Muss ich mit dem Schiff jetzt plündern, beziehungsweise anhalten und plündern und dann geht's? Ist das dann wirklich, ähm, die Welt gesehen? Sind wir da wirklich schon vor Ort? Ne, oder? Ne, wir sind noch nicht vor Ort. Was lustigerweise ein Ort, den man plündern kann, aber das ist nicht der Ort, der ich eigentlich hin will. Vielleicht auch schon, aber... Egal. Wir bringen jetzt die Dame in unsere Herren um. Oh, shit. Oh. Oh, Freundchen. Gemeinsam. Hey. So, Holz weg. Ratte weg. In etwa geht das hier. Also der Pekinier ist doch schon... Oh, shit. Ist doch nicht einfach, aber halt wegen der Pekiniere, ne? Also dem her... Alles okay. Jo, so wie immer, mein Freund. Alles okay. Ich hab doch... Komisch. Kommt von den Seiten. Strengt euch an. Ja, ja, komm von den Seiten. Du kommst von der Seite, mein Dame. Oder den Herr. Au. Ja, warum nicht? Oh. Ja, warum nicht? Du bist mir auf die Schliche gekommen. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg wie der stete Tropfen höhlt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Oh, hier ist noch einer. Guck mal an. So. Gott liebt wer? Ich glaub niemand. Ne, tragen will ich das Ding jetzt aber nicht. So, wen haben wir denn in Inventärchen? Wir haben recht viel dazu bekommen. Können nicht upgraden, aber wir haben doch Dinge bekommen, ne? So eine Rune zum Beispiel. Widerstand leicht. Oh, Sammelobjekte. Ich weiß nicht, ob die von der Dame... Ne, die ist bestimmt nicht. Hier. Zerbrochene Rüstung. Deshalb trägst du sowas nicht oft. Ja. Ist halt so. Wie stimmt die Jägerrüstung? Hab ich auch irgendwo herbekommen, aber ich hab keine Ahnung mehr. Ist auf jeden Fall egal. Ja. Ich muss auch... Ach so. Ich muss auf die... Ja, okay. Ich muss auf die Ausrüstung draufklicken. Auf die jeweilige Ausrüstung kann ich sie ausblenden. So. Ähm. Hat jetzt hier... Hier sie ist Hinweise 1 von 2. Der Amboss. Und ich denk mir, hier der hier... Also wer auch immer da ist, der wird das nächste Opfer von mir. Ja, ist bestimmt toll hier oben. Aber gut. Hier kann ich schnell reisen. Perfekt, wenn man es treffen würde. Aber ich bin wieder so einer, der nicht trifft. Ähm. So. Hier. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so ein... Einfaches Gebiet ist. Ob das jetzt so ein 20er oder 10er oder was auch immer ist. Müssen wir mal gucken. Rantabrückskier. Lesterskier. Ja. Da haben wir es doch. Es war relativ souverän geschossen, muss man sagen. Ich bin niemand. Das ist schon cool, ne? Mit dem Untertauchen und so. Wo? Warum? Hey. Sag mal Die haben sie wohl alle Warum jetzt die Kollegen hier Mich umbringen wollen Keine Ahnung So Der zweite Hinweis Soweit ich es auf jeden Fall sagen kann Hm Stahlträger Verleiher von Hacksilber Wäre ich nur als freier Mann geboren Als einer der sein Schicksal selbst bestimmt Sei froh dass du Valhall mit einem Gedicht auf den Lippen entgegen gehst So kann ich mich hier nein Hey Hey Da hinten ist noch einer ne Sogar zwei So Also der hier ist ja auf jeden Fall nicht gerade das Gelbe vom Ei Hat ein Kind angeschossen Mein Gott Er schießt einfach ein Kind an Er schießt einfach ein Kind an das kann ich nicht dulden Ein Kind anschießen Oh ja jetzt haben wir hier toll Alle umgemacht die wir haben Hier auch Hinweise eins von drei alle ne Und hier wahrscheinlich eins drei von sechs Oh auch schon die Hälfte Der Kiegel Und hier haben wir zufälligerweise jemand umgemacht Wiegmund Naja kann Heiter werden Aber wer das hier ist Gehen sie den nächsten Hinweis Gehe Tipps nach Um den nächsten Hinweis zu finden Untersuche die Schmiede Neben der Runden Ruine Auf Gelände Der Abtei des Heiligen Alban In Ochsenforge Ach so Die Schmiede Neben der Runden Ruine Auf In Ochsenforge Hier Nur die Frage ist Wo ist denn das Kloster Wo ist Ochsenforge Hier Müsste man jetzt auch noch wissen Wo das Ding hier ist Ähm Ich glaube wir gehen Die Dinger nicht so an Wie ich das hier jetzt aber mache Ähm Weil ich glaube das dauert hier Echt lang wenn wir das so angehen Sondern werden uns wahrscheinlich Hier ist noch ein Quest Guck mal an Ähm Werden uns einfach wahrscheinlich Daran orientieren Dass wir jetzt Ähm Quests holen Und Dann so gesehen Ja gut ich muss nochmal auf die Welt Denn ich muss hier Schnell reisen Ich bin schon da oder was Oder geht das jetzt nicht Weil ich Äh Ich bin in einem Ich bin in einem Konflikt Da geht das nicht Gut stimmt halt irgendwie schon Ne Der schlägt einfach in die Truppe Hier Das sind aber lustige Kollegen Ähm Die hauen aber ab Die wollen mich einfach aus der Stadt haben Mehr aber nicht Oh Hallo So jetzt aber Hey du Willst du erfahren Wie die Lage vor Ort ist Es ist das bisschen Silber wert Versprochen 30 Ja Alles klar Nö Ich kann hier nicht zurück Schade Ähm Barren Artefakte Bücher des Wissens Ach komm Hier schau Ich markiere die Stelle auf deiner Karte Ein Ort den ich kenne Es gibt also hier Kollegen Die ein bisschen mehr wissen Als andere Leute Auch gut zu wissen Er hat jetzt hier irgendwas markiert Ich Ne Es sind ja auch zwei Fragezeichen Ähm Ja worauf denn das markiert Sag mal Hier in der Nähe Hat er gesagt Wäre es Aber ich sehe So gut Bin ich zu doof Gut Vielleicht halt hier als Punkt Ne Vielleicht hier als Ja gelber Punkt Als goldener Punkt Kann ja jetzt gut sein Dass es hier so funktioniert Wir werden jetzt Ne Schnellreise machen Zu unserem Hütchen Zu unserer Hütte hier Und gucken wir mal Ähm Ja Wie das Ganze so läuft Wenn es laufen soll Ja 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 Ich hoffe mal Das funktioniert hier so Ähm Und Ja Wir müssen da nicht irgendwie Gut wir können ja Quests Äh suchen Von Kollegen Der ja jetzt Einen Ort Aufgeschmissen hat Oder Genau Mit ihm Und das Gucken wir uns jetzt an Ne Hoffentlich Natürlich